Dass es rund um das Thema Trier und Luxemburg durchaus spannendere Fragen gibt, als die nach dem momentanen Benzin- oder Dieselpreis, beweist in der heutigen Ausgabe der Kaiser Team News unser Außenreporter vom Karl-Marx-Magazin aus Trier. Mit seinem Investigativ-Team hat er schon mehrfach im Benelux- und Trierer Raum für Furore gesorgt, als er beispielsweise die Anwesenheit eines luxemburgischen Spionage-U-Bootes im Nordbad Trier aufdeckte, welches die geheime Formel für den Trierer Fietz abfangen sollte. Jetzt haben wir erneut brandaktuelles Videomaterial erhalten, welches Kaiser Team News jetzt für Sie ausstrahlt. Ursprünglich sollte dies eine Dokumentation werden über einen Trierer, der in Luxemburg arbeitet. Ein Pendler, einer von vielen, die jeden Tag die weite Reise in ein anderes Land antreten. Während den Trierarbeiten kamen jedoch Dinge ans Tageslicht, die die Zukunft von Trier und Luxemburg nachhaltig prägen werden. Harry S. aus Trier. Seit 17 Jahren pendelt er zwischen Römerstadt und Grevenmacher. Der Gas-Wasser-Installateur entschied sich damals bewusst für eine Arbeit im Nachbarland. Gut, allein schon wegen dem Wetter. Klima halt. Wo wir in den Kippen. Und das Geld, ja gut, ich hätte in Trier sicherlich mehr verdient. Aber in Luxemburg ist die Sprache so schön. Da spielt das Geld für mich keine große Rolle mehr. Die rufen heute den ganzen Tag, Eddie, 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 Eddie und Mercy. Kein Mensch weiß, was das heißen soll. Wir wollen das Geheimnis um Eddie und Mercy aufdecken und fragen bei einem Experten vom Trierischen Militärischen Abschirmdienst nach. Guten Tag, Herr Kleb. Guten Tag, wenn ich mir das so anhöre, könnte es irgendein Code sein, ein Passwort, irgendein Zugehörigkeitszeichen. Wenn ich es mir aber genauer anhöre, erkenne ich, dass es rückwärtsgesprochen Ekrep Nude heißt. Und das bedeutet auf Latein sowas wie rostiges Turm. Vielleicht hilft es Ihnen irgendwie weiter. Könnte es der Turm Luxemburg sein? Wir kommen dem Geheimnis immer näher. Sollte es stimmen, was Lothar Kleb vom Militärischen Abschirmdienst Triers gesagt hat, muss im Inneren dieses Turmes der Eingang eines Tunnels sein. Hier ist eine Klappe. Hallo, ich bin der Eddie und ich esse den ganzen Tag Merci. Mmh. Hmmmm...